I Strongest Mia Out Ja! Dann haben wir uns 찍ern可以 Also ich geh glaube ab jetzt zum Team Rot Ciao Locker ich fahk Tschau Ich hab keinen Bock mehr H minner,實land Ich hab deinen Skill überweisen auch verkündet werden er geht wirklich gut wort die schlittert um ich dachte jetzt so einer auf den jetzt glaube ich mal den platz wusste ich habe mich nicht mehr mit ihm jetzt obwohl so einig sind wir in jambi relativ gleich weil mal bist du besser mal bin ich besser blöftiger ich bin einfach einfach schon das double run gestern ja da war ich aber auch bei einer anderen markt vor dir ok dann nicht wir können 500 jams zu spiel das war so anstrengend das ding ist ich war glaube ich erster ok ist gleich naja toto ja das ist die tim das ist die unsere Männer zumal erster sie sieht wie unser Zorn und wenn ich mehr als Nürnberg nach oben in der Strecke das stört als ob sie so dass ich gerade leckere so ein Junge der 430 erläuft bei euch vierer Part 3 Partie ich habe auch ein Prozess ich habe von Zweigens auf dem Server gespielt und auch einmal so ist er zu Wort hat und ist okay wo du bist und ich höre nichts also es warst Prozent äh Team SG und um dann kann man Supporter war alleine Team Ski wer war das Bett jetzt zu einzelne SGM gab es nicht mehr jeden Fall war dann Supporter wie viel Eisner erzeugen wir uns an Prozent und er wir machen es also Team oder ich war uns aber du dich nach links und rechts und wieder auf das Wort ist Schildeser Rom Jux oder so der Fall ist für der Prozent von dem Mann wurde der Gigi mehr sind ja meistens Prozent unterschiedlichen einfach eine Erhebung hier drin bleibt bei uns also so ähm Team Spiegel und Dings okay der läuft doch bei dir ja bei mir läuft doch echt also ich hab ich bin auch Zweiter geworden äh 22 noch wirst du glaub ich reichen ne ja ja ich komm jetzt nach Spiegel rushen wir direkt ja klar oder wir brauchen uns wieder so ne Burg das können wir auch machen ne aber nicht am Anfang am Anfang lass einfach rushen okay lass erst rushen aber jemand muss das Bett zubauen jemand muss das Bett zubauen okay wir sind die ersten in der Mitte glaub ich vielen Dank für das Schwert ja wir sind die ersten in der Mitte G fucking G ey lol die sind noch nicht Leute wir haben uns echt schnell rüber gebaut äh passt passt mal auf Rot auf ja Rot ist am dichtesten hier Olli 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 mhm wo kannst du dir ein Ding Schwert machen ich hab schon ein Schwert ne Spitze gemeint ach so jetzt sag mal einer sag mal einer ähm Rot Grün und Lieder sind noch nicht reich ja ich geh ich geh ich sag ich sag die Mitte hm das Gold ab Sahne glaub ich schaffst du das ja kann den ich hau die einfach runter ja ist schlecht einfach ne oder die Fall von alleine runter können sie auch machen Grün baut sich nicht mal rüber ey die sind richtig geil ah da ist das Gold doch meck man ich kann mir einen Bogen machen soll ich mir jetzt schon einen Bogen machen? ok was macht der Typ da bei Rot? ich hol mir jetzt mal eben schnell einen Bogen VBO die aber die kicken uns äh Grün kommt jetzt auch langsam und ähm Lila auch ach als ob Grün ist da 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 gleich ging nicht so schnell rein so diesmal aber nicht bei uns oder? ne ne komm mal komm mal jetzt hier die sind fast beide gleichzeitig in der Mitte ich hab dich da war ich hingeworfen ok Grün ist weg Grün ist weg Rot kommt Rot kommt Rot kommt ich geh zu Lila rüber ich geh zu Lila ich bin tot aber das war gut du hast sie abgelenkt du hast sie abgelenkt ja ok ah fuck die haben zugebaut ich komm da nicht hin ich bin das Holz Grün hat vielleicht auch schon ich muss mal gucken wir verkriechen hier einen Schiefminten und alles läuft ich weiß ich hätte nicht den Kampf nehmen müssen äh sollen ich kauf nochmal eben ne Kiste ne als ob der mich gesehen hat oh man ihr habt nichts zu gebaut ne Jungs ihr seid echt gut mhm ähm wir können nicht mehr rushen also jetzt den meisten noch zu holen ein Gold ach ne ne doch ich brauche das jetzt gleich zu und machen wir das jetzt offline brauche das mal ein bisschen jetzt zu ne jo äh 2 1 kill that to me ich hab schon nen Bogen baue schon mal so ne Base da vorne weißt du so wie letztes hatte ich hab nen Bogen dabei ich brauch hier gar nichts sorry dann baue ich ja gleich mit meinen Baukünsten er baut wieder so nen Bunker aber komm gib zu das war heftig ja das sah echt geil aus gestern geht auch nur hier ums aussehen er baut die Kiste ein Junge du bist ach da war ne Kiste drin oh god ey sag mir das doch dass da ne Kiste drin war chill lol mieses versteck man kann hier einfach links drauf oh ein Eisen kann ich nicht anfangen hier fast er hat Bogen jetzt schon Bogen jetzt schon Bogen ich hab auch nen Bogen ok der ist down ich muss mal wieder zubauen oh man ey ich werde gleich mal was ausprobieren mit Shader so ich mach jetzt mal meinen Shader einmal an guck mal wie das läuft mit den FPS Zahlen sieht echt ganz nice aus aber ich lass ihn glaube ich doch lieber aus wegen FPS jeder einzelne FPS ist wichtig mein Junge was wie er hä er steht in mir drin und guckt so nach vorne Tom ich versuch die wieder runter zu schießen läuft bei ihm achso hi hi Marvin was wollen denn so neiger mag dich voll Apfelblatt was will ich was machen ich will nicht ganz los ich schieß den mal da hinten runter oh oh das lags er bleibt einfach hä what the fuck der lag sich an ihm vorbei kranker Typ ich hab keine Blöcken da schrecken ey das lag halt reilig ne Olli kannst mir mal ein Stick oder so schaffen ich hab nicht mal ein Stick ich hab weil ich brauch selber sorry ja weil ich würde vorne bauen aber ich würde umsonst sammeln ich hab ich hab noch ein Stack ich hab mich Lüge d h h h h h h h h du willst erledigt er ich glaube er ist von dem letzten ist es nicht so ganz angekommen weil ich meine kaum Minecraft 6 zu schweigen ja es ist auch noch zu doch doch ganze 6 guck mal ob der Nightbot da vorher hat mir 3 was ist der Nightbot wo sieht man das guck mal bei Zuschauer ob der Nightbot steht ne da steht nichts steht nicht Nightbot ok dann ist es ok sonst hätte ich den nie wieder rausgenommen es ist nur kann ich in die Party wir sind eigentlich schon 4 deswegen wird es bis schon kredisch und es gibt ja noch keine 5er Party äh 5 Dinger so Tom ich baue mal wieder unsere mieseste Pose hier ne mhm joo wahrscheinlich ich lass mich mal eben hier alleine ne jo joo ich muss noch mal ganz so zurück und mach mit dem Spitzhacker aber danach komm ich danach komm ich gleich wieder noch mal 2 Heiltränkel gegönnt wie viel kosten die 3 3 ok läuft 3 ich klicke hier immer auf äh Eisen auf den Weg ne wo ist die wo ist die Truhe äh die ist hinten eingebaut baue einfach ne neue wenn du kannst ok ne ich hab kein Eisen ich hole kurz eins ich bin mit ich bin mit hier liegt hier liegen noch 3 erzähl doch nicht dass ich den nicht treffe jawohl runter geschossen es kommt immer von grün ach ne von Geld lol alter farb blindheit schießt halt niemand auf mich übrigens ne der baut sich dann auch ein auf jeden fall habe ich einen fulle kippen runter geschossen hätte man mal sehen sollen das hat ohne mal schlecht aus noch kein bett ist gefallen doch von grün der rote fang ich krieg gar nichts mit in dem dem das der sound kam gar nicht bei mir nein wie als ob denn ich ich dachte der ist nicht runtergefallen ich wäre ja eher gekommen aber ich bekomme aus irgendeinem Grund keine Nachricht wenn der Stream Shuttle hat so irgendjemand ein hier Dings Blöcke äh ich hab ja ich kann dir auch was geben so aber nicht alles ok wer hat mir ja toll Dings Blöcke hast du Blöcke nein äh ne aber da ein paar Sticks im Dings ähm in der Küste ich hab doch gesagt ich hab ein Steck egal er macht ihn ernst er braucht auch noch hübsch hier hehehe ja normal er will unbedingt den Jetbewerb gewinnen Digga muss doch hübsch muss ne aber klar ich hab ihn getroffen ah mit dem da vorne bin ich ziemlich unzufrieden muss ich sagen hier geht das nochmal einen weiter da das gefällt mir so ehrlich gesagt nicht ne gefällt dir nicht ne ne das muss ich hier nochmal bauen kann ich verstehen ja das ist leider hässlich geworden so ein bisschen aber jedes wir sind die Besten nur weil als erstes in der Mitte waren holen wir uns einmal eine Goldladung und dann gar nicht mehr das ist echt so Tom kennst du den YouTuber weiß 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 äh weiß ich nicht haha äh ne keine Ahnung kann ich nicht Fabi kennst du den? ich hab vorhin mit ihm hier ne Runde gespielt der hat auch einen eigenen Server ja ich kenn ihn aber nicht der ist scheiße der Server warte warum kriegt der der Mensch hier? ich glaub Tom das hatten wir schon mal ge 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 auf dem haben wir schon mal gespielt nice Fabi nice good job hab's auf Hand mach jetzt ne Montage da draus wahrscheinlich Montage ja klar wahrscheinlich Montage auf Leck ne? boah der war schlecht der war echt schlecht man den kannst du nicht bringen der lief einfach bitte der nicht? nein ja ok du machst so wie ich dich kennen machst du das wirklich ja haha egal Tom baut keine zweite Ebene ne? er ist ja der Beste hier ja das kommt noch Bruder ich wollt grad sagen seid ihr noch nicht zu sichern egal ich denk dich brauch keine zweite Ebene das ist alles nein das ist ein bisschen ins Bett geworden na egal dann muss ich das hier alles so machen aus schönern so zack ach so das bist du ich denk so hä? warum kann ich nicht hauen? Hacks? ja nie mach ich mach dir was schönes mach dir was schönes ach so ja auch ich mach mir was schönes kriegst du auch was schönes? ne ich hab 10 Gold üb mich gar nicht hab ich nichts schönes bekommen ne bekommst halt nicht das war nie mein Leben das war nie mein Leben hm sporn jetzt er rennt durch was? ne doch nicht ok warte mal jetzt muss ich kurz rechnen 13 14 18 also noch eine Ladung Team Rot Alter ich hab grad auch nochmal Herzinfarkt bekommen ich hab auch einen Herzinfarkt oh hey wer war das denn bitte? Herzintakt Rot also Tom ich hab hier schon mal ne kleine Ebene gebaut ne sieht zwar nicht hübsch aus aber ne das gefällt mir so nicht das gefällt mir so nicht das gefällt mir runter das müssen wir nachher nochmal einneuern ne also das lernst du nochmal bei mir gefällt mir gar nicht Tom's Kreativkurs dieser Falscher ne das regt doch nochmal auf ok warte jetzt muss ich gucken ich hoffe dass ich jetzt hier runter geschossen werde weil mir nerven bin ich mit 20 Gold down und dann töd ich dich hinter dir schießt jemand auf dich oh Junge ne noch nicht noch nicht ne der schießt auf die Gegner äh ich dachte grad alter da pinten wir nochmal so ein kleines so ein kleines Bikon kann man hier noch bauen achso genau ein Fenster auch noch also bist du ich hab dich grad abgeschossen Fabi Bock ne Jo äh bei Grün schießen werde ich auch ok ich komme in die Mitte fettes Eisenschwert mach mir mal hin zack 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 you get away da kommt einer da kommt einer Fabi ich geh gleich eh drauf mit den Sachen man scheiß warum mach ich mir das alles bester Bogen und so hab ihn einmal gehittet Tom Wuster Balkon da kommt ein grünen äh ähm der kommt gleich so ihr läuft in mich ihr seid richtig krank ich hab ihn da und dann zurück dann geh auf das so bei dem müssen wir es abhauen geh mal weg wo die schießen ah die schießen einmal von wo schießen die zweimal der ist fast down was ich hab ihn nicht getroffen was laber warte ich kaufe mal ne ender chest ne wer hat den besten Bogen gekauft ich hab den besten Bogen gekauft nice warte ich mach ne ender chest jetzt dann können wir das nämlich können wir äh da vorne eine hinstellen und so der mit dem Bogen hatte nicht viel Leben gerade den hab ich echt Daumen gewonnen und ich will auch den besten Bogen das Schaden wovon ich in die Mitte gehen kriegt man keinen besten Bogen Bogen Lila ist nur noch zu zweit das machen wir warum chillen wir weil wir schön bauen bei Deine Tom baut zum Ballast ja ich seh ihn ich seh ihn ich seh ihn ja ja ich seh ihn der muss wieder gehen ist echt so Bäm bäm ja das sieht sehr schön aus muss ich sagen gefällt mir hey wer ist denn da bei Fabi gehen wir da hin der ist fast tot der ist fast tot soll ich hingehen aber ich hab Schiss im Grunde nee er schieß mich runter hat er auch nen Bogen da bei Lila oder was nein ich glaub da kein Bogen er schießt du mich nicht ja aber anderer schießt jetzt auf dich boah ist der schlechter bei uns er bei Dings der hat Anti-Nockback der Lila nö aber komm ey er ist tot ja ok ich versuch auch zu kommen ja ok ich versuch auch zu kommen ich bin mal in Silber nice oh mein der hackt der hackt er guckt mich nicht an und rittet mich ja das hatte ich halt auch er hackt einfach er hat einfach kill auber ok ich hab zwei Herzen ich sollte vielleicht bisschen boah dat lag ich wär weiter runter gefallen warte warte hier hier danke ja warum steht über seinen Namen Sekunden hä ich versteh gar nicht ich hab ihn einmal getroffen über seinen Namen steht Sekunden ich versteh nicht ja was ist denn dann 3 2 1 hä oh jetzt hab ich einen Bogen geschmissen gg wie ich ihn nicht treffe ne einmal getroffen hier hat noch 20 Leute ich bringe 20 Leute in die Base einfach auslange hol mir mal den besten Bogen ja ok bitte ich halte ihn noch drauf zweimal getroffen dreimal getroffen ja wahrscheinlich ey der hackt 100 pro zwei Pfeile hintereinander ein leichter als der andere und die beide treffen mich ja 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 scheiße jetzt hab ich noch einen Fall gemacht egal in der um 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 ich sterbe auch noch mehr der haut einfach werden er gibt die wohnung er kommt er kommt ja hier hier ist es ein bisschen erwisender ist er in der in der in der in der in der end aber er hätte locker damit werden er hat genau das meinte ich so wo ist er denn wo ist er denn damit ich versuche zu schlippern ausfach ich hab keinen nein hast du den E-E-Busso das ist so bei der Fall ausgenommen zimper wurde einfach wieder ein ich kann es gut ich kann es gerade nicht zurückgehen das tut sich ja da muss ich noch ein machen ey der ist fast down der ist fast down Jungs ein Hit fehlt noch ein Hit noch ich habe keinen Fall ich halte ihn auf Trab rusht einer ja warte warte ich komm ich komm ich komm ganz entspannt hier ey als ob der hat ein Herz nur noch mindestens ich habe den so down gehauen ich habe ihn viermal getroffen mit dem besten Bogen du kannst mir nicht erzählen dass der noch viel Leben hat ja nochmal Heilsauber FTV oder was du hast dich da jetzt nicht so hässlich bist du eigentlich behindert warum hässlich Junge Fabi jetzt mal ohne Witz was ist denn warum war hässlich du das zu hart guck mal wie schön ich das gebaut hab und du brauchst du jetzt mal nee das finde ich nicht ich brauche ich habe ihn einmal getroffen ey lass doch einfach aufrennen man ja da ist der Ende Bogen ach wir haben gleich oh nein wir haben gleich gewonnen warte scheiße er rennt zu grün er rennt zu grün wir können in die Mitte wir können in die Mitte der Heck Junge wir haben nicht gewonnen ja gut weil dann krieg ich noch zu Ende bauen oh dein Ernst oh dein Ernst ganz rund erbaut er will einfach nur die einfach dieses als er als er sich eben einfach nee der Heck ja aim hack ich finde sowas fuck life scheiße ich weiß nicht mehr wenn ich auf den Zwerber ich habe ihn noch mal gesehen auch wenn es gut ich weiß noch nicht von den Reisen auch fragt wenn ich gut der Ehegarten ich glaube ich brauche das jetzt nicht noch viel größer weil ich renne mal zu rot und baue mich dann von hinten rüber ich versuche zumindest normalerweise wäre ich jetzt um so eine menschen grün ich muss echt er hat es nicht mitbekommen glaube ich ich bin stolz dass ich zu rot weil ich mich von hinten rüber bauen möchte er anstatt du einfach sich über ihn baust ja er sieht das auch fabi als ob bist du da gerade ich oh scheiße ist rot als ob ich das richtig verpennt habe einfach das enderpellen in diesem spiel er hat Dorn auf jeden fall er hat ein Dornbruchspanzer gg von wo ich mich aber er ist down er ist down das ist doch nicht euer herz guck dich das mal an sechs kills drei tode ok fini boi ah it's up ich habe auch einen Fallschirm oh warte 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 ähm ich wäre äh ich schon vielleicht sollte ich dusch mal